Samsung-Trick. Du brauchst keinen Cent für Zeichenprogramme wie Adobe Fresco ausgeben. Auf deinem Samsung-Gerät ist zum Beispiel die App PenUp installiert, mit der du ebenfalls zeichnen kannst. Und in der App gibt es die Funktion Livezeichnen. Damit kannst du zeichnen lernen. Hilft, wenn deine Paint-Skills genauso talentlos sind wie meine. Markiere einen Picasso.